ich bin heute nach konstanz gekommen um euch die neue holiday check app mal etwas genauer vorzustellen und zwar lasse ich mir zuerst mal alle hotels in der nähe anzeigen das kann ich auch super hier mit seiner karten ansicht ich bin der blaue punkt und das nächste hotel direkt am see ist das steigenberger inselhotel das ist quasi gleich ins eck da kann ich also hinlaufen und das mache ich jetzt auch Mein Gott, der Ausblick ist ja wohl der Oberhauber und ich kann das mit meiner HolidayCheck App direkt mal hochladen, einfach aufrufen, einen QuickCheck machen und das ist ja cool, der weiß sogar schon, dass ich hier im Inselhotel bin. Jetzt muss ich nur meinen Eindruck beschreiben, toller Ausblick, weil das ist es ja nun wirklich. Fertig. Bitte fügen Sie ein Foto hinzu, mache ich natürlich gerne, wenn alles schön neidisch wird. Jetzt einfach verwenden, mein Eindruck ist natürlich top und jetzt das Ganze nur noch bei HolidayCheck hochladen. Und das ist ja richtig cool. Jetzt kann ich das nicht nur bei HolidayCheck hochladen, sondern direkt auch auf Facebook mit meinen Freunden teilen. Die können jetzt mal schön neidisch werden. Ach komm, da hat schon der Erste mein Foto kommentiert. Da war ich letzte Woche out. Wie man sieht, man kann mit der HolidayCheck App nicht nur HolidayCheck Usern und Urlaubern helfen, sondern auch noch mit seinen Freunden auf Facebook teilen, wo man die Semester macht. Das war es danke. Und da bin ich auf. Ich freue mich. Vielen Dank.